Die Idee von KMUsWeiss Event ist, Wissen zu ermitteln und Networking für KMUs zu betreiben. Das zentrale Element des Informationsaustauschs ist die Webseite www.kmausweiss.ch. Der Höhepunkt des Jahresprogramms ist das Forum. Das Forum Nullsets findet dieses Jahr am 18. Mai 2006 in der Trafohalle im Baden-Stadt. 16 namhafte Referenten werden dort zur Thematik Expansion ihres Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Wir erwarten rund 500 Leute. Das sind 500 Entscheidungsträger von KMU. Das sind für Sie 500 Chancen für Business Contact. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Weg nach Baden finden am 18. Mai. und Sie dort persönlich begrüssen zu können.